Hallo, ich bin Sue von Mainberry und ich zeige dir heute, wie du diese Sonnenblume malen kannst. Dafür habe ich dir erstmal so eine Skizze erstellt. Da kannst du nämlich sehen, dass die Sonnenblume innen eine große Fläche hat und eine kleinere, dunklere. Und die Blätter drumherum, die ordnen sich in so einem Kreis an. Das heißt, wenn wir diesen Kreis beachten, dann werden die Blätter auch alle ungefähr gleich lang. Jedes einzelne Blatt besteht dabei aus so einer spitzen Ellipsenform. Und bevor wir jetzt auf unser Aquarellpapier gehen, üben wir das Ganze einmal. Du kannst nämlich mit nur einem Pinselstrich dieses Blatt malen, indem du mit der Spitze startest, mehr Druck drauf gibst, den Pinsel ziehst und dann den Druck wieder wegnimmst. Wenn dir das zu kompliziert ist, kannst du auch einfach die Kontur malen und am Schluss alles ausmalen. Also kann es auch schon losgehen. Wir starten mit unserem Mittelpunkt. Dafür brauchen wir einen hellen Braunton. Den mische ich mir erstmal auf meiner Farbpalette an mit viel Wasser. Und während ich hier schon mit Wasser zu Gange bin, kann ich auch schon mal meine ganzen Näpfchen aktivieren. Das heißt, ich gebe überall schon mal Wasser rein, wo ich nachher die Farbe benutzen möchte. Dann geht das nachher alles etwas schneller. Ich starte also mit meinem braunen Kreis in der Mitte. Der ist ja ein bisschen heller, wie ich gerade schon gesagt habe. Und in diesem Kreis, solange der nass ist, kann ich jetzt auch ein bisschen von der dunkelbraunen Farbe geben, indem ich extra aus dem Näpfchen das Pigment nehme und dann auf meine nasse Fläche tupfe. Und dann bekomme ich automatisch schon mal einen schönen Verlaufen. Ich kann jetzt hier einmal so rundherum gehen und lasse das Ganze dann erstmal so trocknen. Um die Blätter besser anordnen zu können, ziehe ich mir jetzt mit Bleistift einen Kreis um meinen kleinen Kreis. Dann weiß ich nämlich, wo die Blütenblätter alle enden sollen. Und kann mir dann einen hellen, gelben Aquarellton anmischen und mit der ersten Reihe an Blütenblättern starten. Diese positioniere ich jetzt mit einem ganz kleinen Abstand zueinander, weil wir möchten ja gleich, wenn alles getrocknet ist, noch eine zweite Reihe hinzufügen, die dann etwas dunkler ist. Und dann haben wir nämlich auch diesen Effekt, dass sich die Blütenblätter so schön überlappen. Du kannst auf jeden Fall dein Papier auch drehen. Ich versuche jetzt hier über Kopf so ein bisschen die Blütenblätter hinzubekommen, aber viel einfacher ist es, wenn du dein Blatt Papier einfach so drehst, dass du immer dieselbe Handbewegung machen kannst. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen und kümmern uns um die Blätter. Dafür habe ich hier auch eine kleine Skizze erstellt, denn die haben so eine Art Herzform, würde ich sagen. Das bedeutet, wenn du das Blatt von vorne siehst, dann hast du einen ganz bauchigen Vorderteil und das Ganze wird dann nach hinten raus ganz, ganz schmal. Auch das kannst du tendenziell auch nur mit zwei Pinselstrichen machen, indem du wieder mehr Druck drauf gibst am Anfang und den Druck dann vorsichtig wegnimmst. Dabei müssen diese Blätter aber auf gar keinen Fall zu akkurat werden, also wenn hier und da das Ganze ein bisschen grüsselig aussieht, ist das trotzdem perfekt. Alternativ kannst du natürlich auch hier wieder einfach nur die Kontur malen und dann schnell, solange noch alles nass ist, das Ganze ausfüllen. Jetzt haben wir erstmal die Grundform des Blattes gemalt, aber wenn wir diese von der Seite sehen, dann wird das Ganze ein bisschen gestauchter und auch das können wir ganz einfach darstellen, indem wir das Blatt einfach ein bisschen schmaler malen. Ich starte mit dem Stiel und setze jetzt an den Stiel einfach eine gestauchte Form dran, entweder indem ich die Kontur male und das Ganze ausfülle oder wieder indem ich einfach zwei fließende Pinselbewegungen mache mit einer schönen feinen Spitze. Bevor es aber an die Blätter geht, fange ich mit dem Stiel an. Dafür mische ich mir jetzt erstmal zwei verschiedene Grüntöne an. Einmal einen sehr dunklen, kräftigen, den ich gleich für meine Kontraste brauche und aber auch einen schönen, hellen, gelblichen Grünton. Den nutze ich nämlich jetzt auch erstmal für meinen Stiel. Der Stiel von meiner Sonnenblume kann ruhig so ein bisschen dicker sein und er startet unterhalb meiner Blätter. Und dann kann ich auch schon meine Blätter dran setzen. Bei dem ersten versuche ich das Ganze so ein bisschen bauchiger zu halten und den zweiten setze ich direkt auf die andere Seite. Der ist so ein bisschen abgeknickter. Ich versuche das so ein bisschen frei und ohne zu viel Grenzen in meinem Kopf zu malen, damit das schön locker und flockig wird. Und während das Ganze so nass ist, gehe ich in meine dunkle Farbmischung von eben und kann jetzt richtig schöne dunkle Kontraste hinzufügen. Und die geben deiner Illustration am Schluss auch wirklich diese Tiefe und dieses Lebendige. Und jetzt lasse ich das Ganze einmal trocknen. Wenn alles richtig schön trocken ist, kann ich jetzt auch schon mal meine Bleistiftskizze wegradieren, damit die nicht mehr stört. Und jetzt geht es an die ganzen Kontraste. Ich starte mit einem schönen, kräftigen Gelbton und setze meine zweite Blütenblätterreihe um meinen dunklen Mittelpunkt herum. Du kannst sehen, dass meine Aquarellfarben unglaublich hell nachgetrocknet sind. Das ist bei Aquarell immer so. Das heißt, oft müssen wir am Schluss, wenn alles getrocknet ist, noch mal richtig schöne dunkle Flächen hinzufügen, damit das Ganze nicht zu eindimensional und langweilig aussieht. Und auch in der Mitte unserer Blume können wir jetzt noch ein paar Kontraste setzen, indem ich mit einem richtig dunklen Braunton nochmal den Mittelpunkt und diesen Kranz drumherum hervorhebe. Ich wechsle jetzt mal den Pinsel. Ich brauche jetzt so richtig feine Linien, deshalb starte ich jetzt hier mit meinem Schlepperpinsel und ergänze bei meinen Blättern jetzt so ein paar ganz dunkle Akzente. Das können zum Beispiel kleine Punkte sein, Linien oder auch Blattadern, die ich ganz einfach mit meinem sehr feinen Pinsel ziehen kann. Mit meinem feinen Pinsel gehe ich jetzt auch nochmal in die Mitte meiner Sonnenblume, um ganz viele kleine braune Pünktchen zu setzen. Das erinnert mich dann so ein bisschen an die Sonnenblumenkerne, die man ja in der Mitte so ein bisschen erahnen kann. Auch meine Blütenblätter sollen jetzt noch ein paar Akzente bekommen. Dafür gehe ich mit meinem feinen Pinsel direkt ins Farbnäpfchen rein, damit ich so einen richtig dunklen Ton bekomme und kann jetzt mit ganz viel Ruhe und ganz viel Gelassenheit meine ganzen Blütenblätter so ein bisschen akzentuieren, indem ich so ein paar feine Linien setze. Und fertig ist deine Sonnenblume.